Applaus Das Liedern ist unbekannt Jetzt nochmal ein Aufschluss von da. Balkon singen heißt die heutige Aktion hier in Berlin Friedrichshain. Es soll damit erreicht werden, dass die Nachbarn sich hier im Bezirk Friedrichshain wieder ein bisschen mehr kennenlernen, ins Gespräch kommen. Und wir vom Berlin Fernsehen beobachten die Aktion mal und schauen mal, wie es heute Abend wird. Sie gucken hier so andächtig zum Balkon hoch. Wie haben Sie von der Veranstaltung erfahren? Heute vom Internet, im Internet, wa? Im Radio. Im Radio haben wir es gehört beim Frühstück. Welcher Sender können Sie auch mal sagen? Oh Gott, der im Küchenradio gerade drin ist. Alles klar, im Küchenradio, alles klar. Im Küchenradiosender. Küchenradiosender, wunderbar. Und haben Sie gesagt, okay, gehen wir einfach mal her, ja? Haben wir uns vorher genommen heute, ja. War sehr interessant, sich jetzt anzuhören. Ist ja auch interessant. Der erste Balkon war ja schon mal nicht schlecht. Wie habt ihr denn von der Veranstaltung heute hier erfahren? Also ich übernachte heute bei meiner Freundin und ihre Mutter hat uns gesagt, vielleicht soll es schön sein. Und dann habt ihr gesagt, okay, wir gehen hier einfach mal her? Also wir gehen dann mal gucken und gucken, wie das ist. Ja. Und wir gehen dann mal hier so ein bisschen in die Straßen und gucken, was da abgeht. Ja. Und wo wohnst du jetzt? Ich wohne also in der Gubiner Straße, also da hinten. Bist du also hier zu Hause? Ja. Und du auch, ja? Nein, ich wohne in Schöneberg. Bist du also extra auch hierher gekommen? Schön. Ja, genau. Sie haben heute sich den singenden Balkon angeschlossen und gucken hier andächtig bei den singenden Balkonen. Wie haben Sie davon erfahren? Aus der Zeitung. Und welcher Zeitung war das? In der Berliner Zeitung. Berliner, ja. Und wie gefällt es Ihnen bisher? Tja, wie ist es grandios, dass die Leute sich auf den Balkon stellen und einfach so loslegen vor 150, 200 Leuten. Finde ich einfach irre. Sie hat mit einem Stuhl sich auszuholen. Sie hat mit einem Bett steht in der Tür. Und weil ich nicht mehr und war. Ich kann nicht mehr, aber dann will ich auch. Und weil ich nicht mehr und war. Jetzt haben wir unseren nächsten Interviewgäste und mich interessiert natürlich, wie Sie es erfahren haben, dass das Balkonsingen heute hier stattfinden wird. Oh, das habe ich nur von ihm? Ja, über das Internet dann. Über Facebook, da gab es die Seite und durch einen Freund dann, der mir das gesagt hatte. Also Sie haben es über Facebook erfahren, lesen aber nicht den Blog Polly und Bob, lesen Sie dann nicht regelmäßig? Ja, da bin ich auch erst heute drauf gekommen. Erst durch diese Aktion. Und leben Sie selbst hier im Friedrichshain? Auch in der Straße. Wie ist das in Ihrem Haus? Kennen Sie Ihre Nachbarn oder ist alles anonym? Jeder macht die Tür hinter sich zu? Nee, wir sind eine sehr gute Hausgemeinschaft. Wir machen sogar Grillveranstaltungen und alles sowas zusammen. Also sehr, sehr schöne Hausgemeinschaft. Also ich dachte, ich schaue mir das mal an. Ist ja alles nicht weit hier in Friedrichshain. Und wenn Leute was für Leute machen, dann ist das erstmal super gut. Und wenn es dann auch noch non-kommerziell ist, ist es noch viel besser. Diese Sache soll ja die Leute mehr verbinden. Sind Sie Friedrichshainer? Ich bin einer der letzten geborenen Friedrichshainer, der auch noch in seiner Geburtswohnung lebt. Ja, und dann ist ja der Gedanke noch interessanter, denn die Veranstaltung soll ja die Leute wieder miteinander verbinden und dass sie miteinander wieder ins Gespräch kommen. Das will ja der Blog Polly und Bob, das möchte ja der Blog ja. Das ist auch absolut notwendig, weil wenn ich mir ansehe, was hier an Bevölkerungsaustausch stattgefunden hat, dann kennt man die Leute gar nicht mehr. Ich meine, wenn ich mir überlege, ich bin im Haus, in dem ich wohne, geboren. Der nächst ältere Mieter ist dort 2006 hingezogen, alle anderen danach. Und da sind aber auch super viele kreative und wundervolle Menschen dabei. Es gibt ja nicht nur böse Gentrifizierer, sondern die meisten sind eigentlich total nette Leute. Aber man weiß es nicht, weil diese Kultur des Nachbarschaftlichen, des sichkennens, miteinander wirklich in einem Stadtteil leben, leider in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen ist. Und wenn so eine Veranstaltung dazu beiträgt, finde ich das ganz gut. Also ist das dann auch in Ihrem Haus so, dass jeder die Türen hinter sich zumacht? Inzwischen nicht mehr, aber da mussten erst die Türen wieder aufgemacht werden. Und das ist ein Prozess, der ziemlich schwierig ist, der manchmal auch ein bisschen dauert. Und wenn das hier jetzt schneller geht in manchen Häusern durch so eine Veranstaltung, ist das eine tolle Sache. Wie hat sich denn das dann geändert, dass die Leute dann in Ihrem Haus mehr ins Gespräch miteinander gekommen sind? Das war im Endeffekt Stromausfall, gekoppelt mit dem Problem Ratten. Also ganz unerfreuliche Sachen, aber es war kein Strom mehr da. Also musste man sich miteinander mal ins Benehmen setzen. Und das war der Ausgangspunkt. Dann lernte man so zwei, drei Nachbarn wieder kennen. Und danach ging das langsam. Und jetzt ist es so, dass Sie Sommerfeste und auch ein paar Weihnachtsfeste feiern miteinander? Na ja, ganz so weit ist es nicht. Aber bei der einen oder anderen kleinen Feierlichkeit mal den Nachbarn einladen und man grüßt sich auch wieder am Treppenhaus. Und ich weiß aber, dass es in vielen Häusern in Friedrichshain hier nicht so ist. Und dass vor allen Dingen auch so etwas wie Ferienwohnungen, Zweitwohnungen, Untervermietungen, Zwischenvermietungen, alles das, was man unter diesem Gentrifizierungsproblem mit subsumiert, auch ein massives Problem ist. Und die Gemeinschaft eben kaputt macht und nicht sich wiederholen lässt. Volker, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das hier heute zu veranstalten? Na ja, Pauli und Bob ist eine Nachbarschaftsinitiative, ein Nachbarschaftsnetzwerk. Und da geht es darum, die Nachbarschaft zu pflegen. Das heißt, wir stellen die Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Wie wollen wir zusammenleben in der Nachbarschaft? In einer Zeit, wo die Wirtschaft sehr dominant ist und wo das Digitale auch sehr dominant ist. Also die fortschreitende Digitalisierung. Also wir haben ja mit den Leuten, wie gesagt, schon gesprochen. Und sie haben gesagt, ja, es ist so, dass die Türen heute weitestgehend hinter sich zugemacht werden. Also auch im Friedrichshain, was wir nicht vermutet hätten. Und eure Initiative hat das jetzt wirklich ein bisschen wieder aufgelockert. Ja, wunderbar, oder? Besser kann es doch nicht sein. Hättet ihr denn mit so viel Resonanz gerechnet? Denn es waren ja schätzungsweise so über 500 Leute auf der Straße. Ja, also als wir gestartet sind, hatten wir gedacht, nee, naja gut, wir machen, wenn wir fünf Balkone haben, ist gut. Dann haben wir schon überwältigt, ob der Anzahl der vielen Balkone, die wir haben. Und dann, ja, gut. Also Facebook hat sich ein bisschen abgezeichnet, dass es schon so weit kommt. Und dann war ich auch erstaunt, dass plötzlich so viele Künstler teilnahmen, wo ich es im Radio gehört habe, bei Flux FM. Da dachte ich, naja, wie du es schon sagst, werden es ein paar Künstler sind, aber dann war es ja ein Riesenprogramm geworden plötzlich, ja? Ja, das zeigt natürlich, wie kreativ der Kiez ist, aber auch wie kreativ natürlich die Stadt ist. Und das ist ja eben auch der Sinn von Polly und Bob, dass man überhaupt mal entdeckt, ha, auf der anderen Straßenseite, da sind Talente, da sind Leute, die mir helfen können, ja? Das war also die Nachbarschaftsaktion Polly und Bob. Wir waren doch sehr erstaunt, dass so viele Leute zusammengekommen sind. Aber wie wir ja gerade hörten, waren sie auch sehr fleißig, haben bestimmte Radiostationen besucht. Und das hat sich dann ausgezahlt und auch im Internet, bei Facebook aktiv. Ja, und so, wie gesagt, haben wir vieles gesehen. Und wir möchten uns, also wir haben auch gesehen, dass die Berliner Polizei ganz locker reagiert hat. Und als sie feststellten, es wurden immer mehr Leute, die sich auf der Straße einfanden, hat der Kontaktbereichsbeamter ganz nett reagiert und hat mit seinem Polizeiwagen die Straße abgesperrt, sodass nicht weitere Autos noch durchfahren konnten. Ja, und er war sehr nett gewesen und einfach mal ein Dank auch an die Berliner Polizei, besonders an den Kontaktbereichsbeamten von Berlin Friedrichshain. Ja, was soll ich weiterhin noch sagen? Es war ein schöner Abend und wir sind weiterhin gespannt, was aus Polly und Bob, was Polly und Bob noch weiterhin wird. Polly und Bob Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja.